Jetzt wird der rot. Jetzt fängt das an zu arbeiten, dann machen wir so einen Umlauf. Die Gegenseite, also die Rückseite. Das sind die Yang Meridian, das mache ich jetzt ein halbes Jahr 100. Richtig jeden Tag volle Pulle, Profimäßig. Das ist ein System, da interessieren sich sogar die Chinesen jetzt wieder für. Die haben gesagt, die Covid-Sachen, die sind nicht so wirksam, die Spritzen, die sie da reingedonnert haben, wie die TCM, die sie jetzt wieder ausgraben. Kein Witz, ich habe mit Chinesen viel zu tun. Und das mache ich jetzt vom Ringfinger aus? Es kann sein, dass das schon gut ist. Ja, hier habe ich tatsächlich gar nichts. Ich habe das jetzt abgelehnt. Ja, aber warum tut das denn weh? Korrespondiert das quasi? Ja. Ich habe das jetzt abgeleitet. Und jetzt fängt das an zu arbeiten. Sieht man an der Rötung, ja? Und hier ist auch dementsprechend. Aber hier schauen wir mal. Und dann mache ich noch mal einen Trick, den wir mal übers Ohr. Jetzt kratzen Sie die ganze Schmink ab. Ja, ich habe den Messingstift, der ist noch sauber. Der ist nix. Okay. Fähig. Wir lassen uns mal weh. Jetzt mal ruhig bewegen. Super, ja. Also jetzt gerade merke ich tatsächlich nicht viel, aber es ist, glaube ich, jetzt auch immer die Frage, wie es jetzt so langfristig ist. Kann ich das selbst machen dann mit der? Man nimmt einen liefen Löffel. Den hier. Genau den. Und dann schiegt man sie runter. Und so zieht man das am Rücken hat. Akut. Ja. Wenn das hier wiegt, dann geht man hier vorne so drauf und setzt einen Raster. Okay. Das ist also Akupunktur für jedermann. Ist wie weg zuvor. Wahnsinn, ja. Also hier merke ich jetzt auch, es ist total angenehm, ne? Also jetzt arbeiten. Genau, ja, ja, genau. Das selbe ist wie im Kopf, ne? Wenn man das über den Kopf sieht. Ja, das habe ich gesehen im Video. Ja, genau. Aber das habe ich aber auch beim Video habe ich gedacht, so, oh, das kann ich mir super vorstellen. Ich kenne, es gibt doch diese Dinger mit diesen, ne? Ja, genau. Ja, aber das fühlt sich einfach toll an, ne? Das macht man und denkt, oh. Aber man zieht die dann ein bisschen richtig da runter. Mehrmals nicht über den Kopf. Richtig volle Pulle. Ich mache jetzt ja nur über den Kopf. Ja, ja. Bei mir ist gleich ein Strich. Ja, super. So, und wenn euch das gefallen hat, wir sind beim WDR, dann macht mal einen Klick und schaut mal öfter um 19.30 Uhr. Das ist gut. Das? Lokalzeit. Genau. Und so sind wir bei den Daumen hoch und klickt mal so ein bisschen bei uns rum und Daumen hoch. Tschüss. Tschüss.